Wenn man den beiden Autoren Helmut Fuchs und Dirk Gratzel Glauben schenkt, macht schlechte Laune nicht nur krank, sondern auch arm. So gesehen ist ihr Handbuch der Launologie auch ein Dienst am Steuerzahler, schreibt eine große deutsche Tageszeitung und fährt fort. Schlechte Laune ist wie eine verstimmte Gitarre. Mit ihr ist Harmonie nicht machbar. Auf Dauer macht schlechte Laune sogar krank. Sie beschert uns Magenschmerzen, Migräne, Allergien. Mindestens. Oft endet dieser Zustand im Burnout oder in Depressionen. Und das Schlimmste? Schlechte Laune ist ansteckend. Nicht nur bei Kindern. Auch unter Arbeitnehmern. Studien zeigen, dass die schlechte Laune in Deutschland epidemieartig um sich greift. Nicht mehr lange. Und depressive Erkrankungen werden als Volkskrankheit Nummer eins gelten. Miese Stimmung kann sich die deutsche Wirtschaft aber nicht leisten. Seelenkranke Arbeitnehmer und depressive Kassenpatienten kommen den Staat nämlich teuer zu stehen. So gesehen haben Helmut Fuchs und Dirk Gratzl der Bundesrepublik unter Umständen einen großen Dienst erwiesen. Die beiden Autoren haben ein Buch über die Kunst der heiteren Lebensführung geschrieben. Und auch gleich einen Begriff dafür erschaffen. Launologie heißt die Methode, die dem frustrierten Menschen wieder Gelassenheit, Zuversicht und Optimismus schenken soll. Aber nicht nur das. Mit der Gründung des Instituts für angewandte Launologie haben Helmut Fuchs und Dirk C. Gratzl den Weg freigemacht für eine spannende Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse über Stimmungen und ihre Auswirkungen auf den einzelnen Menschen und auf Organisationen. Mit dem Buch Launologie und zahlreichen TV-Auftritten und Radiobeiträgen haben sie eine Revolution der Heiterkeit angestoßen, wie mit öffentlichen Lesungen, Podiumsdiskussionen und Fachbeiträgen in den Printmedien. Lassen wir nun die Autoren selbst zu Wort kommen. Ja, und genau darum geht es in unserem Beitrag zur Launologie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie können wir eine sanfte Revolution der Heiterkeit in der deutschen Wirtschaft auslösen? Mein Name ist Helmut Fuchs. Und mein Name ist Dirk Gratzl. Helmut und ich möchten Sie mit einigen interessanten Grundüberlegungen zum Thema Launologie vertraut machen. Wir werden Ihnen spannende Wege aufzeigen, wie Sie sich und andere aus der Sackgasse der schlechten Stimmung herausführen können. Interesse daran? Dann hören Sie gut zu und genießen Sie den Kompetenzzuwachs in Ihrem Selbstmanagement. Gelassenheit, Zuversicht, Optimismus, letztendlich also die Fähigkeit und Fertigkeit, die eigene und auch die Stimmung der anderen gezielt zu fördern, stehen im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Etwas, was viele Manager und Führungskräfte in Deutschland anscheinend verlernt haben, mit verheerenden Wirkungen für die Beschäftigten. Nur noch 13 Prozent der Mitarbeiter identifizieren sich nach einer jüngsten Gallup-Studie uneingeschränkt mit ihrem Arbeitgeber. Das heißt letztlich, dass das Gros der Mitarbeiter entweder Dienst nach Vorschrift macht oder wegen jeder Kleinigkeit gleich zu Hause bleibt. Das ist natürlich eine volkswirtschaftlich fatale Entwicklung, aber vielleicht sollten wir erst einmal ein paar Worte zur Launologie verlieren. Die Launologie ist eine wissenschaftliche Teildisziplin, die individuelle und organisatorische Stimmungen deutend verstehen und ursächlich erklären möchte. Zu diesem Zweck haben wir das Institut für Angewandte Launologie gegründet. Es war vermutlich höchste Zeit. Zahlreiche Studien, zuletzt solche des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Gesellschaft für Psychologie, haben deutlich gemacht, wie wichtig es künftig für Unternehmen und Arbeitgeber sein wird, den Stimmungsaspekt genügend zu berücksichtigen. Volks- wie auch betriebswirtschaftlich und nicht selten auch sozial gleicht ein Blick in die USA, meist einem Blick in die Zukunft des Standorts Westeuropa. Deutliche Management-Trends und Entwicklungen erreichen den deutschsprachigen Raum regelmäßig, wenn auch meist erst mit etwas Verzögerung. Die hohe Präsenz amerikanischer Unternehmen in Westeuropa und der starke interkulturelle Austausch des Managements über die Grenzen der Kontinente hinweg führen zu sich annähernden Führungsbegriffen und Verständnissen. Im Zuge dessen verdient konzentrierte Aufmerksamkeit, was gleich mehrere unabhängige amerikanische Studien in den letzten zwei Jahren nachhaltig betonen, grundsätzlich und mit jeweils unterschiedlichen Ansätzen befragt, was aktuell und zukünftig der wichtigste Produktivitätsfaktor in Ihrem Unternehmen sein werde, antworten mehr als die Hälfte der Vorstände und Geschäftsführer amerikanischer Dienstleistungsunternehmen, ein wenig amerikanisch pointiert, schlicht Fun. Präzisiert und für das Human Resource Management hinterfragt, spiegelt diese plakative Antwort wieder, was auch in der europäischen Führungslehre seit gut einem Jahrzehnt Bedeutung gewinnt. Der Wandel der Gesellschaft hin zu einer Postmateriellen, in der Spaß an der Arbeit, Selbstständigkeit, Herausforderung und Entwicklung Schlüsselbegriffe sind. Work-Life-Balance oder Selfness sind mittlerweile feststehende Begriffe, die diesen Wertewandel plastisch machen. Es wird sich zudem und in jenem Maß noch beschleunigen, in dem die demografische Entwicklung, insbesondere im deutschsprachigen Raum, qualifizierte Mitarbeiter in allen Branchen zu einem sehr knappen Gut werden lässt. Umso mehr muss folglich gefragt werden, welche Aufmerksamkeit die Führungslehre für diese Entwicklung bereithält. Die Antworten darauf gehen in zwei Richtungen. Einerseits sind Konzepte starker Mitarbeiterpartizipation, also der Teilhabe sowohl an Entscheidungen und Veränderungen, wie auch an Leistungen und Erfolgen, in vielen Unternehmen längst Alltag. Andererseits aber differenzieren sich hier auch äußerlich scheinbar ähnliche Unternehmen recht deutlich. Diese Unterschiedlichkeit können wir aus Mitarbeiter- und Bewerberbefragungen gleichermaßen herauslesen. Entscheidend sind nicht nur die partizipativen Elemente, die die Unternehmensorganisation dem Einzelnen bietet. Entscheidend ist vielmehr die subjektive Ansicht und die Bewertung der Unternehmenskultur durch den befragten Mitarbeiter oder Bewerber. Entscheidend sind Führungsstil und Miteinander im Unternehmen. Hier glänzen regelmäßig jene, die die passenden Assoziationen und Stimmungen zu erzeugen vermögen, die quasi ein internes wie externes Mood-Management betreiben. Sie gelten in den einschlägigen Rankings als attraktiv, leistungsfördernd, herausfordernd und zukunftsorientiert. Mitarbeiter bestätigen offene, transparente oder entwicklungsfördernde Kulturen, Führungsansätze, die in der allein auf Stimmungen und inneren Zustände konzentrierten Launologie erstmalig nachhaltige Betrachtung finden. Führungskräfte und Manager müssen deshalb nicht gleich als Entertainer, aber bestimmt als Stimmungsmanager kompetent sein. Stimmungen, also anhaltend angenehme oder unangenehme Formen des Fühlens und Empfindens, sind seit den 50er Jahren als wichtige und messbare Einflussgröße auf die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft anerkannt. In die Betriebswirtschaft haben sie mit deutlicher Verzögerung und in die Führungslehre sogar erst im Laufe der 90er Jahre Einzug gehalten. Mitunternehmertum und die damit verbundenen Konzepte fordern nach mittlerweile vorherrschender Ansicht positive Arbeitsklimata, die durch gezielte Kontrollen und Einflussnahmen auf den Arbeitskontext herzustellen sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal.